Herzlich Willkommen zurück zu Maritz mit Night Suns, mit Aresu. Ich bin Aresu und wir haben hier ein kleines Problem mit Nico. Sie ist verwundbar und der hier zielt auf sie. Wir könnten mit dem Heiligen Strahl den hier rausholen und eventuell direkt dort reinwerfen. Das wäre ganz gut. Aber erst einmal schauen wir, was wir bekommen, wenn wir die beiden Dinge von Nico hier wegwerfen. Dark Shite ist eine gute Lösung. Eine sehr gute Lösung dafür. Okay, wir benutzen den Morgenstern. Dann Okay, wir lassen Nico hier hin mitlaufen. Moment, ich kann... Ja, okay, wir schubsen hier so. Ich wollte den Heiligen Strahl benutzen. Zum Glück habe ich das noch nicht direkt gemacht. Denn dann hätte ich Dark Shite nicht benutzen können. So, wunderbar. Und die Hydra Mystikerin wird auch... Oh doch, die kann trotzdem noch Verstärkung rufen. Okay. Dann sollten wir sie wahrscheinlich ausschalten. Bevor die Unsinn macht. Und die möchte verhört werden. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Vielleicht. Mal gucken. Gut, erst einmal... Zug beenden. Bisschen überheblich gewesen, ne? Der hier soll bitteschön als letzter angreifen. Ich fände es viel cooler, wenn sie hinlaufen würde und zuschneiden würde, statt. Okay, nur langsam. Das ist in Ordnung. Konter, okay. Wesentlich besser als Raderei. Warum kämpfen diese Typen überhaupt? Das Geld kann es nicht sein. Aber was könnten Söldner sonst wollen? Wir beide kennen die Antwort, Nico. Es geht um Liliths falsches Versprechen auf Ewigkeit an jede verdorbene Seele. Ein still geflüsteter Zauber. Jetzt ist nicht die Zeit, unsere Gefahr zu romantisieren. Okay. Wir haben fünf Gegner auf dem Feld. Drei davon haben 250 Leben oder weniger. Hexenfeuer. Macht 250 Schaden. Und springt auf einen zufälligen weiteren Gegner noch über, wenn man es... Äh, haha. Okay. Okay, okay, okay. Gut, wir benutzen die Falltür. Und... Obwohl... Naja, obwohl, das ist... Ne, der hat Konter. Das wollen wir nicht... Nicht wirklich dann, ne? Blutung ist schon mal gut. Ne, das haut nicht so hin. Wenn wir 115 Schaden raufmachen würden, hätte der immer noch zu viel Leben. Ne. Hier hätten wir den Heiligen Strahl. Meine einen können wir damit direkt ausschalten. Das ist nicht schlecht. Sondern, dass wenn wir nebenbei noch ein bisschen Heilung reinmachen können. Hunter hat wahrscheinlich eine Resistenz. Ja, da unten sehe ich den Schild dafür. Okay. Oh, der hat nicht mal gekontert. Ha. Da, 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 da. Wir haben noch die eine Aktion. Okay, dann... Hoffen wir mal, dass Nikotas gut macht. 1, 2, was? Der hatte 250 Leben. Ich hab so etwas schon mal gesehen. Warum steht der noch? Der sollte nicht stehen. Okay, die macht irgendeinen Unsinn. Hm. Okay, ich kann jetzt nicht mehr wirklich viel machen hier. Ich kann eben noch schubsen. Ich nehme an, das zählt auch nicht als Angriff. Ich hab mich gehört. Au. Au. Okay, das Portal schließt sich direkt wieder. Nicht weit von hier hielten die Ritter von Wandergore ihre Rituale ab. Sie glaubten, diese Gegend sei verflucht. Wandergore heilt in den dunklen Energien gewonnen. Denn der Berge konnte seinen finsteren Einfluss nicht ewig zügen. Genau, da hat Wander ihre Fähigkeit mehr. Verschwende nicht meine Zeit. Okay, wir benutzen hier den Tritt. Der sollte ziemlich tödlich sein. Der war schon K.O. Als er aus dem Portal rauskam, glaube ich. Okay, da sind Hubschrabschrabs. Das bist nicht wirklich du. Du hast nur die Verstärkung jetzt geholt. Aus deinem Volk kannst nur du allein als Gefäß meiner Macht dienen. Liebstes Kind, lieber Tenebris. Reverso Cest Nobis. Nur noch ein paar Augenblicke. Zusammen schmieden wir das Darkhold neu und leid. Es ist vorbei. Out. Ich glaube, sie wird. Alles, was ich tue, ist immer für dich, Kind. Hör nicht hin. Sie hat kein Recht, die so zu nennen, seit sie diesem Monster ihre Seele verkauft hat. Die Wahrheit wird sich früh genug zeigen. Aber ja klar, einfach die Höhle kaputt machen, sollte kein Problem sein. Säule zerstören. Nur Hunter zerschmettere die nächstgelegene Säule, ruft gegnerische Verstärkung. Okay. Zerschmettere alle drei Säulen, um den Tempel zum Einsturz zu bringen. Wie sie geht die Gegner, die die Säule zerstören, Karten halten. Wenn eine Säule zerstört wird, erscheinen zusätzliche Gegner. Okay. Die eleganteste Lösung, aber das Dach zum Einsturz zu bringen, dürfte Ihnen einen Dämpfer verpassen. Hätte ich doch nur ein paar Säulen mit dem Hellride erwischt. Das sag ich, Robby. Ja. Okay. Höhöhöhöhö. Säulen entziehen. Nicht wirklich das Passende hier gerade auf der Hand alles, ne? Zorn der Helle sollten wir auf der Hand behalten. Sensenmann. Klingensturm bringt uns auch gerade nicht so viel. Noch eine Heldenkombo bringt uns auch nicht so viel. Okay, wir hatten hier einen Schnitt. Der teilt sich natürlich, deswegen könnte es relativ leicht sein, an diese Karte zu kommen. Wir versuchen durch die Gegner zu speeden, die die Karten haben. Möglichst ohne dabei drauf zu gehen. 231 Schaden. Okay, damit können wir direkt die erste Karte holen. So viel dazu, dass wir uns diese Karte aufheben, ne? Die erste Säule können wir damit zerstören. Wollen wir das in diesem Zug schon machen? Ähm, vielleicht. Tadadada. Ja, ich meine, wir das heilen können wir im nächsten Zug benutzen. Wir erledigen den hier noch. Ja, okay, wir zerstören die Säule in der nächsten Runde. Wir haben so lange auf dein Blut gewartet. Die Zeit ist... Autsch. Das sollte eigentlich nicht wehtun. Autsch. Okay. Viele Gegner hier. Eine Seelenbindung noch, okay. Bluthunger, die beiden zielen also auf Blade jetzt. Die zielen alle auf. Dings da? Heiliger Strahl ist gerade nicht schlecht. Okay, ja. Na gut, wir machen eine Säule kaputt. Ich werde den heiligen Strahl benutzen und für den Fall, dass sich dort noch Leute jetzt sammeln. Nächste Säule. Schwere Verstärkung ist eingetroffen. Besiege den Wächter um die nächste Karte. Okay. Ja, Wächter sind nicht unbedingt angenehm. Wir haben noch zwei Aktionen. Wir könnten das hier rutschen lassen. Das wäre eventuell noch ganz hilfreich. Ja, okay. Wir benutzen das. Okay. Können wir mit Heiliger Funke was töten? Den da hinten nicht. Der hat 214. Wir haben nur 211 Schaden, die wir hier verursachen können. Wir haben noch zwei Aktionen. Unerbittlich ist schnell, aber macht... Oh, Moment. Das macht plus 172 Schaden, wenn das hier schon getroffen wurde. Das ist in diesem Fall der Fall. So, jetzt können wir hier eine ganze Menge ausrichten. Oh, und die Blutung noch verteilt. Sehr schön. Außerdem, die beiden greifen jetzt nicht mehr unsere Leute an. Sehr schön. Einen davon sollten wir wahrscheinlich mittels Heiliger Funke erledigen können. Und wir nehmen den, der Blade angreifen würde und der nicht von alleine stirbt. Okay. Gut, wir hatten noch Unerbittlich. Das ist... Warum habe ich immer noch das unverstärkte Unerbittlich hier? Okay, Vorbildheitsband wird mal aktiviert. Der hier greift Robby an, was problematisch wird. Du wurdest gerichtet. So, okay. Au. Okay, das habe ich übersehen. Gut, wir hätten noch... Hier, wir nehmen die normale Heilsalbe. Ich hätte die nicht von Robby ausspielen lassen sollen. Oh, okay. Zählt nicht. Gut, dann... War das das für diesen Zug, würde ich sagen. Also, nee, Moment. Wir können noch schubsen. So, wunderbar. Robust, sehr schön. Robust, sehr schön. Ah, verdammt, die heilen sich ja. Aber sie heilen sich eben, indem sie ihren Leuten Schaden zufügen. Das ist gut. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch einen Haufen großer Gegner. Schützner Angriff. Schützner Angriff, immer schön. Abwehrstellung ist nicht schlecht. Eine Weile. Ich kenne dich nicht, Dämonin. Du bist schon seit Jahrhunderten nicht mehr meine Schwester. Wie betrüblich, das zu hören. Doch noch ist Zeit für dich, um seinen Weg zu erkennen. Keine Midnight Sun wird sich dir je anschließen. Das verspreche ich dir. Tja, provoziert. Jetzt noch mit unerbittlich hinterher, ne? Oh, sehr schön. Wir haben dem Blutung zugefügt. Dann, äh, können wir den Silberflock eventuell doch lieber hier hinten einsetzen. Abwehrstellung ist an sich auch nicht schlecht, ne? Moment, wir können den Silberflock jetzt auch hier benutzen, um... Den Silberflock will ich jetzt eigentlich nicht benutzen, weil wir damit uns wieder heilen können. Okay, wir benutzen die Abwehrstellung. Klar, bei Blade geht das gleich wieder drauf, aber bei den anderen nicht. Die Macht in deinem Blut gehört bald uns. Meine Bestätigung. Au. Nein, ähm. Und richtiges Au. Du wirst folgen. Au, den hab ich komplett aus den Augen verloren. Du weißt auch. Du weißt auch. Witzig wär's, wenn die mit dem hier verbunden wären und dadurch dann... Na, den erst töten und dann wiederbeleben würden. Okay, mit einer schnellen Karte könnten wir den eventuell ausschalten. Sie marschieren weiter in Richtung Hölle. Sehnen ziehen, okay. Okay. Kann sein, aber ich zerreiß mir nicht das Hemd und lauf amok, wenn ich schlecht drauf bin. Kommt noch. Vielleicht fahrst du einfach nur nie schlecht genug drauf. Das hab ich gehofft. Okay. Wir benutzen hier den Silberflug, äh Silberflock, würde ich sagen. Oh, das bringt Daywalker. Verkettung 4. Okay, vielleicht benutzen wir doch lieber das. Game over. Durch die Blutung sind die beiden wieder raus, erst einmal. Der hat 5 Blutung, wenn wir jetzt den Durst benutzen. Achso, ne, für jeden Gegner mit Blutung. Na gut. Aber trotzdem ist es kostenlos. Heilige Flamme ist frei. Die beiden sollten eigentlich noch ihr Ziel wechseln. Da, da, da. Oder hatte der vorher schon Blutung? Das wäre dann doof. Ich denke eigentlich nicht. Geradewegs in die Hölle könnte man benutzen. Okay, erstmal, wir brauchen keine weitere Helden-Combo gerade. Sicher, die Kette. Keine schlechte Karte. Der hier ist sowieso erledigt. Ja, ich frage mich gerade, was das Beste ist hier mit Blade. Sollten wir ihn einfach... Achso, hm. Ich dachte hier... Irgendwie dachte ich gerade, das hier würde bedeuten, die hätten irgendeine spezielle Fähigkeit. Aber nein, das bedeutet, dass die den anvisieren. Okay. Moment mal, wenn ich den hier mit dem Silberflock erledige, der ist momentan markiert. Das heißt, ich verschwinde damit nicht mal meine Fäh... äh, meine... Aktion. Wir kommen so selten dazu, markiert einzusetzen, ne? Okay. Wir hatten noch die Sicher-Kette. Und die Sicher-Kette ist gerade besonders stark sogar. Hm, hm, hm. Ja, ist eine schnelle Fähigkeit, aber töten kann ich damit gerade nicht wirklich, was? Na, okay, wir benutzen tatsächlich geradewegs in die Hölle. So. Der kann Blade angreifen. Blade ist aber ziemlich gut geheilt gerade. Die beiden greifen den hier an. Und der hat noch die Blutung drauf. Und... Wir könnten die heilige Flamme dort benutzen, aber... Ich wüsste nicht, wofür. Wir könnten eine von denen hier schwächen. Ich glaube nicht, dass ich das gerade will. Ich glaube, wir machen gleich nochmal einen Cut. Autsch. Glücks-Treffer. Glücks-Treffer. Für sie. Keine Sorge, die hatten sowieso volles Leben. Die haben den weiter im Visier. Das gilt nicht nur für den Einzug, sondern... Hulk bereitet uns schon genug Probleme. Das würde ihn bestimmt nicht besänftigen. Machen wir es trotzdem. Verbrennen wir alle! Okay. Wir würden ganz gerne die Leute hier loswerden. Wir wollten gerade die Folge beenden, ne? Dann machen wir das einfach mal. Das ist ein krasser Ruf. Wir warten kurz. So, und jetzt. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Lebt für euch unter die Kommentare und Adios.